Auch im Leiden und im Sterben das Leben bejahen. Ein Sterben in Würde ist möglich. Mit dieser Antwort reagiert die Deutsche Bischofskonferenz auf die aktuelle Debatte im Bundestag über rechtliche Regelungen für den Umgang mit dem Lebensende in Bezug auf Hilfe zur Selbsttötung. Kardinal Lehmann betonte in diesem Zusammenhang die Chancen der Palliativmedizin, auch wenn er Ängste vor einem mit Schmerzmitteln vollgedröhnten Dahinvegetieren nachvollziehen kann. Es gibt ja Palliativmediziner, die sagen, es gibt ganz, ganz wenige Fälle, die gibt es, aber es gibt ganz, ganz wenige Fälle, wo keine palliative Sedierung möglich ist. Ich habe jetzt nicht genau den Prozentsatz im Kopf, aber 0,0 und dann erst eine Ziffer, etwa Radbruch in Aachen und so weiter. Und von da aus gesehen ist das erste Mal, dass man wirklich die Angebote und die Möglichkeiten der Palliativmedizin nutzt. Das ist natürlich noch wahnsinnig ausbaubedürftig, wo ich einfach keine Möglichkeit des Zugangs zu solchen medizinischen Hilfen also habe. Nur es scheint mir ein eigentümliches Paradox zu sein, dass wir in einer Zeit, wo wir in dieser Hinsicht helfen können wie noch nie, zugleich uns so Gedanken machen, wie wir uns am besten um die Ecke bringen. Also da merkt man, dass irgendein unheimlicher Widerspruch da ist, auf den man aufarbeiten muss. Ich habe großes Verständnis dafür, wenn jemand da Angst hat davor, der würde bis zum Schluss torpediert und so fort. Aber wir haben ja durch die Patientenverfügung die Möglichkeit, dass jemand selber mitredet, bis zu welchem Punkt er eigentlich da traktiert werden will und wo einfach dann nicht mehr. Aber mein eigener jüngerer Bruder ist vor zehn Jahren innerhalb von wenigen Wochen tot gewesen. Da war ich schon auch froh, dass der entsprechende kompetente Mediziner mir sagte, ich muss Ihnen ehrlich sagen, das wird nicht mehr lange gehen. Aber Sie brauchen keine Sorge zu haben. Wir können also durch Palliativmedizin so das machen, dass er weitgehend schmerzfrei bleibt und Bewusstsein behält. Das war für mich doch ein Riesentrost in der schwierigen Situation und dafür möchte ich eigentlich auch werben. Trost und Begleitung für die Angehörigen ist ein Bereich, der in der Sterbebegleitung noch stark unterentwickelt ist. Daher findet Lehmann lobende Worte für die Initiativen von Betroffenen. Deswegen finde ich es wunderbar, wenn zum Beispiel mit vielen interessierten Leuten zum Beispiel so Hospizvereine gegründet werden. Ich war überrascht, dass ich in Nierstein-Oppenheim 300 Leute bei dem Vortrag hatte zum Beispiel. Oft kommen die ja von eigenen Erfahrungen in der Familie hierher und sagen, da möchte ich auch meinem Nachbar helfen können und so fort. Da besteht schon eine große Chance und deswegen bin ich also auch froh, wenn sich da andere Gruppen bilden, die sich da drum annehmen. Das müssen wir noch sehr viel mehr eigentlich tun. Also das ist auch eine Chance der Diskussion.